Die Gebrüder Löffler, die ja auch die Fine Lady, die wir ja ebenfalls hier unter Herik Lambert bewundern konnten. Damals gehörte er und Tim. Aber jetzt eben mit den Anteilen an Cha-Cha-Cha, diesem Holsteiner Hengst, diesem Casalsohn, Casal Le Grandsohn. Und der Sieger aus den großen Preisen von Hagen, von Neumünster, der Derbysieger 2000. Die Gebrüder Löffler, der Derbysieger, der Derbysieger, der Derbysieger. So, gleich einmal ganz, ganz stark hier das Ergebnis von Olga Wulschner und Cha-Cha-Cha, denn in beiden Phasen Strafpunkt frei geblieben.